die gut sind, sondern einfach, dass das Team zu schlecht ist. Gebt mal bitte auf. Ich hab da keinen Bock drauf, ehrlich. Guck mal, bei denen hat jeder mindestens 5 Kills. Und der, der 5 hat, hat 11 K.O.s. Der hat 0 Angriffspunkte. Ich versteh nicht, wie man sowas hinkriegt.